Die Helli war eine der, wenn nicht überhaupt die beste Eisläuferinnen in der Zeit um die Olympischen Spiele und dann auch bei der Winteruniversität 68 in Innsbruck. Ich bin Wienerin und in Wien ist Eislaufen ja angesagt und bin mit meinem Großvater immer spazieren gegangen. Wir haben in der Nähe des Eislaufplatzes gewohnt. Da habe ich immer dazu zählen und dann wollte ich es natürlich auch probieren. Bei meiner ersten Europameisterschaft bin ich als erste Dame in einer Konkurrenz an Dreifach Seilkopf gesprungen. Die Leute applaudieren, es rieselt einem den Buckel herunter. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Ich glaube, beschreiben kann man das eigentlich gar nicht. Die World Winter Master Games sind die Chance für die Eiskunstläufer, die das seit vielen Jahren üben. In der dreifach Olympischen Sportstätte in Innsbruck, in der Weltstadt Innsbruck, in der Sportstadt Innsbruck. Wir werden für eine tolle Stimmung sorgen und ich glaube, es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen, als einfach kommen, dieses Event genießen und teilhaben. Eislaufen ist nicht nur Sport, Eiskunstlauf ist eine Passion.